Hallo, Willkommen. Heute lernen wir die Zahlen auf Schweizerdeutsch, auf Baseldeutsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 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 zehn. sechs, sechs, sieben, sieben, acht, acht, neun, nün, zehn, zehn, elf, elf, zwölf, zwölf, dreizehn, dritzehn, vierzehn, fünfzehn, fufzehn, sechzehn, sachtzehn, siebzehn, siebzehn, achtzehn, achtzehn, neunzehn, nünzehn, zwanzig, zwanzig, einundzwanzig, eine zwanzig, zweiundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, drehezwanzig, vierundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, fünfundzwanzig, dreissig, und wir sagen drissig, vierzig, vierzig, fünfzig, 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 sechszig, sechzig, siebzig, siebzig, achtzig, 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 neunzig, 90 100 Das waren die Zahlen. Ich gebe auch Privatunterricht. Mein Kalender ist unten. Bis bald! Tschüss! Wir wollen die HLK. Die HLK. Das hat sicherlich gedacht. Das war das so schnell.